Moin Moin und herzlich willkommen zum Zockerpansen. Ich bin's, der Lars und heute möchte ich mit euch über was ganz besonderes sprechen. Etwas, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich meine eigene Zocker-Vergangenheit. Ich war nicht immer ein PC-Gamer, mittlerweile bin ich es eigentlich nur noch, obwohl ich auch eine PS3 und eine Xbox und mehrere Nintendo DS und überhaupt das ganze andere Kropzeug besitze. Aber ich liebe einfach meinen PC und ich liebe meine kleinen billigen Indie-Games, in die man sich einfach versenken kann. Aber früher, früher war das anders. Früher hatte ich größtenteils Konsolen. Nun hatte ich nie einen Nintendo, wie viele andere. Ich war eher so der Mega-Drive-Mensch. Aber ich hatte die eine Sache, die wir dann doch irgendwie alle hatten. Und zwar den hier. Den alten, grauen Classic Game Boy. Und wie lieben wir diesen kleinen Mini-Brotkasten. Es ist ein wundervolles Stück Technik, was auch heute noch funktioniert. Wenn ihr so ein Ding auf dem Flohmarkt findet, für was weiß ich, keine Ahnung, 20 Tacken mitnehmen. Absolut. Jedes Spiel, das ihr dafür findet, fast jedes Spiel, das ihr dafür findet, ist es wert. Dieses Teil hier funktioniert heute noch. Ihr könnt es mit in den Bus nehmen, in die Bahn. Es wird euch unendliche Stunden Freuden bereiten. Es ist einfach zu Recht ein Kultgerät. Jeder, der diesen klassischen Nintendo Game Boy hatte, der hatte zumindest ein anderes Spiel. Und das war dieses olle Tetris. Das haben nämlich alle gespielt. Und egal, wen du fragst, jeder erzählt dir, wie großartig und wie geil Tetris ist. Und dass Tetris auch das geilste Spiel aller Zeiten ist. Will ich jetzt auch gar nicht drüber reden. Für mich stimmt es nicht. Für mich war eins der geilsten Spiele aller Zeiten das Game, was ich mir danach gekauft habe. Und zwar... Solar Striker. Oh ja. Dieses Spiel ist etwas ganz Besonderes. Auch wenn man es nicht wirklich sieht. Aber ihr müsst euch das auch ein bisschen anders vorstellen. Und zwar so in winzig, grün, viel zu dunkel, in einem dunklen Raum, unterm Weihnachtsbaum, in den Pyjamas. Man hat Stöpsel in den Ohren, eckige Augen. Und die Eltern erzählen einem verzweifelt schon seit Stunden, man möge doch endlich die Kiste ausmachen, die sie einem selber geschenkt haben. Das waren noch Zeiten. Aber ihr seht, das ist wirklich nichts Besonderes. Zumindest nicht nach heutigen Maßstäben. Man ist ein kleines Raumschiff, fliegt von rechts nach links, oben unten, ballert auf Aliens, die von oben runterkommen und sammelt Power-Ups ein, die die Schüsse irgendwie mächtiger werden lassen. Und man versucht einfach nur, einen nach dem anderen, die Bosse des Spiels glatt zu bügeln. Und davon gibt es eine ganze Menge. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Bosse es wirklich gibt. Und das liegt nämlich daran, dass ich dieses Spiel niemals durchgespielt habe. Ich bin nämlich nie viel weiter gekommen als bis zum vierten Boss. Zweimal habe ich den geschafft. Das liegt daran, dass dieser vierte Boss nämlich so ein riesen Klumpen ist, der dann einfach runterfährt und überall Kugeln hinballert. Das war so ein Proto-Bullet-Hell-Boss. Und damit sind wir damals nicht klargekommen. Und mit wir meine ich ich. Wir hatten nämlich noch kein Internet. Wir konnten nicht nachschlagen, wie man so eine unfaire Kacke dann schaffen soll. Angeblich sagte das eine Kind irgendwo hinterm Schulhof, gibt es da einen kleinen Platz irgendwo auf dem Screen, wo man sich hinstellen kann, wo man den Boss dann treffen kann. Dürrlich aber nicht. Aber ich glaube, das war alles Tünniff. Dieses Ding hat mir den Tag verhagelt. Ach was, ganze Wochen. Wie gesagt, zweimal habe ich es geschafft. Zweimal habe ich das fünfte Level gesehen. Lange hat es nicht gereicht. Das fünfte Level ist nämlich nochmal gut knackiger als das vierte. Und das wummt mich ein bisschen. Ich habe mein Game Boy mit meinen 15 Spielen damals irgendwie verloren. Irgendjemandem geliehen. Nie wieder gekriegt. Ist eine Schande. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich möchte diesen Boss schaffen. Ich möchte Solar Striker durchspielen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Ob ihr wollt oder nicht. Also, schnallt euch an. Also, meine lieben Zockerfreunde. Dann wollen wir mal. Wir werden jetzt versuchen, Solar Striker durchzuspielen. Und damit ein altes Kindheitstrauma von mir endgültig aufzulösen. Ich kann nicht versprechen, dass ich dabei fair bleiben werde. Und nicht den Emulator benutzen werde. Aber hey, das kann auch niemand von mir verlangen. Ich bin alt. Hab keine Zeit. Ich war schon schlecht in Videospielen. Da wart ihr noch gar nicht geboren. Ich kann machen, was ich will. Okay? Hauptsache, wir sehen das Ende von diesem Spiel. Beziehungsweise, wir sehen das fünfte Level. Mann, Mann, Mann. Also. Ihr seht, das ist relativ schematisch. Ich weiß auch nach Jahren immer noch, wo die Kollegen spawnen. Denn meistens ist das Gegnerplacing ziemlich symmetrisch. Jetzt geht es hier weiter. Dann geht es da weiter. Und hier. Und so hat man das damals gespielt. Man hat halt einfach auswendig gelernt, wo die Monster kommen. Und das hatte ich dann auch sehr, sehr gut drauf. Ich habe die Levels tatsächlich so weit gespielt, dass ich perfekt alle Gegner abgeballert habe. Dass ich alle Extras eingesammelt gekriegt habe. Maximale Punktzahl, soweit es eben ging. Bosse besiegt. Bis zum vierten dann. Und der hat mich dann eben alle gemacht. Ich möchte eure Lauscher aber nochmal auf den ausgezeichneten Soundtrack von Solar Striker aufmerksam machen. Es ist wirklich eine Freude. Ich summe den heute noch. Ich habe bisher leider keinen vernünftigen Remix von diesem Game gefunden. Keinen vernünftigen Remix von diesem geilen Soundtrack. Jedes Level hat einfach einen Ohrwurm, der einen nicht wieder verlässt. Es ist zu schön. Es wird mir auch wahrscheinlich öfters passieren, dass ich das einfach mal mitsumme. Das müsst ihr mir dann verzeihen. So, ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier schon Stufe 3 an Schüssen zusammengekriegt. Ich spiele übrigens mit Tastatur, nicht mit einem Gamepad, wie man das erwarten sollte. Ich finde Tastatur dann doch präziser. Und macht mir persönlich auch mehr Spaß. Ich bin ja jemand... Ich habe mir ja erst in den letzten Jahren WASD angewöhnt. Ich komme sehr gut mit den Pfeiltasten zurecht. Mit WASD habe ich tatsächlich immer noch so meine Schwierigkeiten. Die verliere ich gern mal. Ja, ja, lacht ihr ruhig. Aber ihr seid auch nicht so alte Knacker wie ich. Ich konnte früher am C16 mit fast jeder Tastenkombination auskommen. Okay? Macht mir das erstmal nach. Dann haben wir auch schon den ersten Boss. Der ist ziemlich easy. Möchte ich mal behaupten. Wenn ich jetzt ein Leben verlieren würde, wäre mir das doch arg peinlich. Nö. Wuhu! Okay. Das war einfach. Zweites Level schauen wir auch noch. Im zweiten Level haben wir ein paar mehr andere Gegner vor allen Dingen. Ups, da ist mir einer durchgefleucht. Die Kollegen, die bewegen sich jetzt so seitlich und dann ballern sie. Während diese rotierenden Teile immer erst ballern kurz bevor sie unten ankommen. Diese Spinnenviecher sind gemein. Wenn man mal einen durchfleuchen lässt, zeige ich euch kurz warum. Weil die dann nämlich seitwärts angreifen. Also wenn man nicht aufpasst oder doof spielt. Düsenjäger, die fliegen auf einen zu und dann schießen sie. Dumm dumm. Wenn man nicht aufpasst, dann kann man sich da ganz schnell in die Bredouille bringen. Aber wenn man schon auswendig gelernt hat, wo die Kollegen überall erscheinen, dann kann man das auch recht entspannt aussehen lassen. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass ich hier, ouch, dass ich ein paar Jahre, also so ungefähr 15 Jahre dieses Spiel nicht mehr gespielt habe. Wenn nicht sogar noch länger. Deshalb müsst ihr mir ein bisschen verzeihen. Ich bin nicht mehr so gut wie früher. Ihr müsst mir einfach glauben, dass ich als Kind extrem gut war. Weil ihr kennt das ja, als Kind wart ihr auch extrem gut. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, was ihr damals gespielt habt und wie lange ihr das gespielt habt und wie gut ihr das gespielt habt, das kriegt ihr heute nicht mehr hin. Dann könnt ihr mir so viel erzählen, wie ihr wollt. Die Zeit ist vorbei. Oh, ich liebe diesen Soundtrack. Das ist herrlich. Okay, so weit, so einfach. Ah, geil. Schlussstufe Nummer... Nummer 4. Wie ihr tun soll es, wenn das nicht passiert. So, der ist schon ein bisschen schwieriger. Hier muss man jetzt ausweichen, um zu sehen, dass man nicht plattgemacht wird von seinen komischen Bubbles. Aber eigentlich kann man den in zwei Durchgängen platt machen. Eigentlich. So. Und da wären wir auch schon in Stufe 3. Und in Stufe 3 gibt es auch wieder eine geile neue Mucke für den Hintergrund. Stufe 3 ist so eine urbane Geschichte. Hier sind überall diese geilen Autos mit den viel zu runden Reifen und Panzer und Kanonen und so Helikopterartiges Zeug kommt dann auch gleich angeflogen. Ich habe aber keine Ahnung, was das sein soll. Werden wir gleich sehen. Da. Ich glaube, das sind Düsenjets. Aber so richtig sehen kann man das nicht. Beim Gameboy brauchte man immer viel Fantasie. Und gleich müssen die fetten Panzer kommen. Die waren cool. Aber die fetten Panzer, die haben nämlich schon so richtig viel geschluckt. Da muss man ein klein bisschen draufhalten. Nachher gibt es noch Gegner, die so richtig, die kann man dann wirklich nur mit einem Viererstrahl überhaupt noch knacken, bevor sie einen klein bröseln. Ah Mist. Das habe ich kommen sehen, aber konnte nicht mal ausweichen. Wie gesagt, man ist das ja auch nicht gewohnt auf so einem großen Monitor. Diese Spiele sind so konzipiert, dass sie auf diesem Winz Pixel Bildschirm gespielt werden. Und da hat man in der Regel den gesamten Bildschirm im Überblick permanent. Und das geht bei diesen großen Emulatoren dann nicht mehr. Außer ich könnte ihn natürlich kleiner stellen. Das wäre jetzt schlau gewesen. Aber hey, für schlau bin ich jetzt auch nicht bekannt. So, die Kollegen hier, die fressen schon richtig Damage. Da muss man zusehen. Da muss man sich wirklich vornehmen und taktisch rangehen. Wäre jetzt schön, wenn ich die Viererknarre hätte, aber haben wir nicht. Also reinbrezeln mit einem Dreierschuss. Vielleicht kommen auch wieder die großen, glaube ich. So. Das ist wirklich simpel. Guckt euch mal die Häuser da links an. Hier. Das ist so hingepixelt. Aber ich finde es so liebenswert. Es ist... Es tut alles, was es soll. Es erzählt eine Geschichte, auch wenn das Spiel selber irgendwie überhaupt keine Geschichte hat. Und man ist drin. Alleine durch die Mucke. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die Mucke haut mich vom Hocker. Ich würde mir so wünschen, dass ich da mal jemand ransetze und so einen richtig knackigen Remix draus macht. Ah! Bosszeit! Achtung! Riesenpanzer! Wutz! Und der schießt einmal, wenn er unten ankommt. So eine Seitwärtssalve. Und ansonsten knattert der einen hier mit seinen Riesenläsern. Einen über. Der geht auch noch relativ gut klar. Ich muss es nur gerade mit seinen Schüssen ein bisschen aufpassen. So, aber mit Viererschuss überhaupt kein Thema. Wird einfach weggefrühstückt. Und jetzt sind wir nämlich auch schon in Stage 4. Zieht euch die Mucke rein. Hier haben wir diese lustigen Flieger, die dann auch schon so Dreiersalven abschießen. Alles bewegt sich irgendwie so ein bisschen erratischer. So ein bisschen hin und her. Und es wird alles ein bisschen schwerer vorhersehbar. Und nichts zielt mehr in die Richtung, wie es vorher gezielt hat. Aber das kriegen wir... Jo! Du, na gut. Verpasste Chance. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Mit Spinnenviechern kommen wir klar. Da gibt es mehr Power-Ups. Obwohl wir ja schon vier haben. Ich müsste jetzt auch demnächst... War das schon das... Das Extra-Leben gerade? Ab einer gewissen Punktzahl gibt es natürlich klassisch Extra-Leben. So war das damals. Und ihr wisst vielleicht gar nicht mehr, was das ist. Aber da unten werden so Punkte mitgezählt. Und wir haben so Highscores, haben wir versucht zu erspielen. Und dann haben wir den Bildschirm abfotografiert. Und das in irgendwelche Magazine eingeschickt. Und haben dann damit angegeben, wer einen hohen Highscore hatte. War ziemlich lächerlich. So ein bisschen wie Achievements heute. Diese Stage hier hat tatsächlich ein Zwischenboss. Das wusste ich auch gar nicht mehr. Habe ich nur vorhin beim Anspielen nochmal gemerkt. Da dachte ich so, Moment. Ich bin noch im vierten Level. Wo kommt denn der olle Megaboss jetzt hier? Und dann war es dann doch nur ein Zwischenboss. Und zwar der Kollege. Der ist aber auch relativ simpel. Da muss man einfach sein Mittelstück wegrätseln. Aber für mehr Punkte kann man natürlich auch einfach versuchen, erstmal die Seitenteile klein zu hacken. Wie gesagt, Punkte, um damit anzugeben. Aber das haben wir nicht nötig. Wir sind alt und unfähig. Wir können nirgendwo mehr punkten oder angeben. So, Leute. Es geht jetzt hier auf... Es geht auf... Auf den Boss zu. Autschen. Da ist er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Und ich habe kein Leben mehr. Und da kommt er. Jetzt geht's los, Kollegen. Jetzt geht's los. Nach Treffen kann man den nämlich hier nur in der Mitte. Und Achtung, Bullet hält. Shit. Und seht ihr das? Die Kugeln sind so halb unsichtbar. Weil Screen Tearing, das kann der Game Over nämlich gar nicht alles darstellen. Und deswegen... Game Over, ich kann's nicht sehen. Das war nicht gut. Ich weiß es. Ich weiß, dass ich hätte da viel besser spielen müssen. Zu viel Leben von vornherein verbrezelt. Wir versuchen es einfach. Und zwar so lange, bis wir es schaffen. Und zwar so lange, bis wir es schaffen. Jetzt, wo wir es uns fünfte Level geschafft haben. Und zwar mit fünf Leben und der vierten Upgrade Stufe des Schusses. müssen wir hier nur noch den Endboss besiegen. Das kann ja gar nicht so schwer sein, wie jetzt hier dieser lästige vierte Boss. Aber ich habe trotzdem schon mal ein bisschen geübt. Ich weiß ungefähr die Phasen, die jetzt hier auf mich zukommen. Am schlimmsten sind diese Kollegen, weil das sind einfach nur Schussfänger. Die sollen verhindern, dass meine Schüsse durchkommen. Das tun sie auch recht erfolgreich. Die Wienwaben-Skarabeen hier, das ist alles Pipifax. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Das große Shish-Kebab ist schon eine größere Herausforderung, aber auch nur, weil die wieder unterstützt werden von diesen lästigen Schussfängern. Also das Shish-Kebab werden wir auch nicht ganz klein häckseln. Das können wir uns abschminken. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Um das zu probieren... Äh, nee, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. So, jetzt kommen gleich wieder Wienwaben. Nee, das sind die Moskitos, die mit Karotten schießen. Okay, vor denen habe ich auch keine Angst. Aber gleich geht wieder Warberei und vor allen Dingen Schussfänger reihlos. Genau, diese lästigen Mistviecher. Die könnte ich mit einer guten Salve platt machen, aber eben auch nur, wenn alle meine Schüsse durchkommen. Das Risiko ist recht groß. Wenn man sich jetzt gemerkt hat, wo die herkommen, kann man das mal machen. Aber ich möchte einfach nur zum Boss kommen. Jetzt ist das hier so, wir haben mittlerweile so viele Punkte gefarmt, dass wir hier mit jedem Power-Up, das wir aufnehmen, eigentlich der Möglichkeit, eines zusätzlichen Lebens näher kommen. Das haben wir, glaube ich, gerade in der Zwischenzeit schon gemacht. Ich habe das nur nicht mehr gehört. Aber ihr seht, wir haben jetzt schon sechs Leben. Und wenn man hier anständig spielt, dann kann man sogar bis auf sieben hochkommen. Anständig spielen, das wäre immer so ein bisschen meine persönliche Krux. Das war jetzt gerade das zusätzliche... Ne, war es nicht. Ich bin schon wieder schwer am Atmen hier. Ne, jahre! Karotten, Schussfänger. So, aber ich glaube, vielleicht kommt der Boss. Schon noch ein paar Bienenwaben klein hacken. Den Boss hat man, glaube ich, schon gesehen, ne? Das ist so eine Riesenkanone. Und jetzt, pass auf, ungelogen, ich habe das selber herausgefunden. Ich habe da nicht im Internet geguckt. Ich weiß den Trick. Hier, wenn man hier oben den perfekten Platz findet, den perfekten Platz findet, dann kann man den klein schießen. Juhu! Ihr habt es geschafft! Nur zwei Leben verloren. Okay, das kriege ich noch besser hin. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal dieses lästige Level hinter uns gebracht. So! Und nur damit ihr nicht glaubt, dass ich irgend so ein Schnacker bin. Hier. Der perfekte Spot. Okay, Leute. Level 6. Das ist es. Wir sind offensichtlich auf der Heimatwelt der außerirdischen Invasoren. Wir kommen uns noch mutiertere, ekligere Versionen der Gegner entgegen. Im Großen und Ganzen verhalten die sich aber ziemlich ähnlich wie das, was wir vorher schon gesehen haben. Nur mit so ein paar Varianten. Nämlich, dass sie was anderes ballern oder in einer anderen Formation fliegen. auch hier müssen wir wieder mit diesen widerwärtigen Schussfängern überall rechnen. Die immer dann vorbeischauen, wenn sie gerade am meisten nerven. Aber wir sind ja mittlerweile Profis im Ausweichen. Und wir werden uns davon jetzt nicht ärgern lassen. Ja! Die Taktik kennen wir. Da können wir ausweichen. So, ihr habt es gerade gehört, aber wieder ein Extra-Leben am Start. Wir haben 8 insgesamt. Wir sind also super vorbereitet. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Wenn das hier wirklich das letzte Level ist, dann werde ich das einfach gnadenlos durchziehen. Ich werde mich durch den Endboss, durch Brute Forcen. Es gibt wirklich keinen Grund, jetzt hier perfekt zu spielen. Wir wollen einfach nur das letzte Level schaffen und vor allen Dingen den letzten Boss schaffen. Und endlich dieses Kindheitstrauma überwinden, das mich schon so lange quält. Ich möchte gerne Solar Striker beenden. Ich möchte sagen können, ich habe dieses Spiel durchgespielt. Wenn auch am Emulator. Ich möchte sagen, ich habe den Abspann gesehen. Auch wenn wir es hier mit einem Gameboy-Spiel zu tun haben. Und wir wissen alle, dass diese Gameboy-Abspende meistens eine ziemliche Enttäuschung waren. Ach du große, mir fällt gerade was ein. Wehe, wenn dieses Spiel hier jetzt ein Castlevania macht. Und wir spielen das durch. Und das sagt am Ende irgendwie, super, jetzt hier New Game Plus. Probier es mal auf einem härteren Level. Alter. Dann schreie ich. Nee, nee. Also ich bemerke jetzt schon mal, dieses sechste Level hat schon mal wieder eine bessere Mucke. Ist immer noch nichts, worüber man jetzt legendäre Gesänge schreiben würde, aber das war schon ganz anständig. So, ich höre die Boss-Musik. Wo ist der Boss? Wow. Geht's. Okay. Bin ich sehr gespannt, wie der wohl aussieht. Oh, nö, ne? Nö, nö, nö. Komm, spiel. Wehe. Wehe, das ist ein Boss-Rush. Wehe, ich muss jetzt alle Bosse hintereinander nochmal... Wenn ich jetzt nochmal den vierten und den fünften Boss schaffen muss, mit acht Leben, dann drehe ich am Rad. Echt jetzt, ne? Fuck. Was kommt jetzt? Was wird das? Okay. Ja, fütter mich. Gut. Fütter mich viel. Ah, nochmal Kebab. Gut. Kebab, äh... Kebab schaffen wir. Vor allen Dingen, wenn wir Kebab nicht schaffen, ich weiß, den kann man aussitzen. Also wenn einem der zu sehr nervt, dann muss man ihm einfach nur ausweichen, bis er von alleine weg geht. Aber... Äh... Ja, genau so machen wir es auch. Okay, jetzt... Nochmal der. Gut, da kann ich mit leben. Die zwei Zwiebeln mit den Taranteln unten dran. Wenn diese ollen Schussfänger nicht wären. Die nerven nämlich ganz gewaltig. Wow. Okay, so weit, so gut. Was jetzt? Alrighty. Wow. Ein Boss. Ich glaube, das ist ein Boss. Okay. Gut. Der wird... Sicherlich mehrere Phasen haben. Aber wir haben acht Leben. Überhaupt kein Ding. Das schaffen wir. Das ist einfach nur Bullet Hell. Bullet Hell... Bullet Hell... Wow. Nach... Wer weiß wie vielen Jahren? Keine Ahnung. 20... 25... Wie lang? Müsste nachgucken. Habe ich Solar Striker durchgeschafft. Fühlt sich gut an. Und es ist einer von diesen langweiligen Gameboy-Abspenden. Aber egal. Ich muss das Spiel nicht nochmal auf New Game Plus durchspielen. Ihr habt es geschafft. Und ihr wart mit dabei. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Für mich war das jetzt ein Experiment. Ich wollte dieses Game nochmal zocken. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Weil irgendwie niemand Solar Striker kennt. Alle reden über Tetris. Alle reden über Mario. Aber scheinbar hat das hier niemand gespielt. Und das liegt daran, dass es wirklich eins der frühesten Gameboy-Spiele ist. Und... auch nicht wirklich mega geil aussieht. Aber es hört sich mega geil an. Da müsst ihr mir zustimmen. Und deswegen wollte ich ein bisschen Werbung machen. Wahrscheinlich werdet ihr euch jetzt deswegen nicht Solar Striker kaufen. Und es nochmal durchladen. Das sehe ich auch. Aber... Vielleicht wisst ihr das jetzt zu schätzen. Dieses kleine Juwel. Aus meiner Vergangenheit. Und vielleicht habt ihr es ja auch gespielt. Wenn euch das hier gefallen hat. Also... So... Alte Schinken nochmal anspielen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Krampf durchspielen. Aber... So diese alten Sachen nochmal vorstellen. Und ihr möchtet mehr davon sehen. Dann sagt Bescheid. Dann lasst doch einen Kommentar da. Liked das Video. Abonniert uns. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und vielleicht mache ich mehr davon. Bock hätte ich. Cool. Ich lasse euch noch ein bisschen mit dem Abspann allein. Und hoffe ihr, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Mach's gut, ihr Pans. Ich lasse euch noch ein bisschen mit dem Abspann. Cool. 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 Untertitelung des ZDF, 2020